Jo YouTube, willkommen zurück zu The Long Tribe. Wir sind jetzt schon 72 Kilometer gefahren. Oh meine Fresse, ich bin zum Emo geworden und lass uns jetzt einfach weiter starten, oder? Lass uns starten, Mann. Ich war natürlich so frei und habe mir ein Tutorial angeschaut. Ich habe wirklich in der Ecke geweint, geheult, geschaut, mir einen runtergeholt und ich weiß feine die Jätze, wie wir diese Karre zum Anspringen bekommen. Und zwar brauchen wir dieses Apparat. Nein, Hyper, ich stehe nicht auf Dicke. Sorry. Ne, die ist schon hier drin. Da waren wir schon schlau genug. Oder ich stehe nicht auf Ledermäuse. Beides nicht. Alkohol, so, das muss raus. Schlauch. Gönn dir. Let's fucking go. Denn heute, Shad, wenn ich gut bin, fahren wir heute Strecke. Die könnt ihr gar nicht ausmalen. Wir brauchen Öl. Vielleicht 100% sogar. Danke. Ich will es nicht leugnen. Ich habe The Long Tribe Offstream. Scheiße. Nicht gespielt, aber ich habe wirklich ungelungen zwei Stunden getestet. Drei Sexpuppen? Naja, klar. Für jede Stunde eine, oder? Ich kann da ja nur drei Stunden am Tag. So, wichtig. Zu, rein. Einmal da rein. Alter, ich habe Horrorvorstellungen. Ach, da hinten. Guckt mal. Horrorvorstellungen. Das muss raus. Da muss Diesel rein. Habe ich gelernt. Let's fucking go. Alter, ich... Hello there. Fick dich! Oh, Alter. Ich bin fast tot. Wir müssen schnell machen. Hier ist irgendwas falsch. What the hell? Oh, äh, stopp! Wo habe ich denn ange... Hä? Schon wieder verbuggt. Na gut. Reinhardt. Gas. Das brauchen wir. Äh, rein. Let's fucking go. Wir sind fast fertig, Shad. Ich... Alter! Du Arschloch! Da kommt doch so ein Miststück. Piss dich. Piss dich. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Danke. Ach, hier. Jetzt habe ich... Wir sind wieder zurück. Ich habe ein bisschen... Schlund getan. Zu, zu, zu. Ja, let's go, motherfucker. Mann, ich mache das nicht zum ersten Mal. Äh, vielleicht aber auch doch. So. Komm, wir testen einfach mal, ob das fährt oder nicht. Weil es sollte eigentlich jetzt fahren. Irgendwie fährt es, aber auch irgendwie nicht. Es fährt, Shad! Pogas in den Shad! Wow, wow, wow! Geht das auch alleine wieder aus? Na gut. So, wir müssen das beladen. Warum ist denn hier alles eigentlich weg? War es hier nicht mal beladen? Top, wirklich top. Machen wir mal ein bisschen IQ-Play. Wozu hat man die ganzen IQ-Punkte? Roll, roll, roll. Ja, nicht zurollen. Das... Oh, wir können das Auto mitnehmen. Warte, 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 Shad. Warte, 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 Leute. Warte, Leute. Warte, 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 Leute. Dafür ist ja das Ding eigentlich da. Na? Ist jetzt nicht so gut gegangen. Auf der Straße ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Haben wir? Geh rauf da! Geil! Scheiße, scheiße. Boah, guck mal. Naja, das ist ein bisschen suboptimal gerade. Ähm... Och, geil! Let's go! So, ich will jetzt endlich mal fahren, Mann. Das ist doch fucking so long drive. Hier fährt man doch eigentlich, oder? Go, go, go! Power Ranger! Oh, wir nehmen noch einen toten Busch mit. Das ist ja... Natürlich. Wir machen Meta. Finally... Wir speichern mal. Warum? Nee, das akzeptiere ich jetzt nicht. Komm her! Warum ist denn das jetzt fixiert? Warte mal. Ey, wir nehmen das Auto nicht mit. Das ist sowas von verbacktes Scheiße. Guck doch mal! Wir nehmen das Auto nicht mit. Vielleicht finden wir ein anderes Auto. Die paaren sich gerade. Ich kann das alles nicht mehr. Ich bin in einer Verzweiflung gefangen. Komm, wir nehmen einfach das mal zur Erinnerung. Denn hier können wir ein Dach schaffen. So. Also, was bedeutet das, Schatz? Niemals ein Auto auf ein Auto. Checkt ihr? Die passen nicht gut zusammen. Das haben wir ja auch jetzt gesehen. Gesehen. Oh, Mann. Fickt doch mein Auto nicht, du Arschloch! Ich hasse Hasen. Da werde ich so Hasen vergewaltigen in dem Game. Da könnt ihr euch mal gefasst machen, Alter. Wir brauchen nur Euro-Paletten. Und dann bin ich doch alles... Dann, 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 dann... Oder wir kommen vorbei mit dem Haus. Wir kommen da vorbei. Und das Haus hat Särge. Das bedeutet, eine bessere, äh, Stauraum... Oh, mein Gott! Vielleicht wird ja der Kopf beim Fahren abgerissen. Das, darauf hoffe ich halt. Wisst ihr, wisst ihr? Also, in Sarg kann man auf und zu machen. Bester Stauraum EU-West oder so. So, letzte Sache. Und jetzt betet zu Gott, dass alles drinnen bleibt. Hase, mach kein Auge. Jetzt safe nochmal. Bin hier mehr am safe'n, als hier am zocken. Finally, nach einer Stunde Gequältheit fahren wir nun endlich. Ey, ihr müsst schon sagen, das ist ein Huge-Upgrade, oder? Alter, wie ich das vermisst habe, auf einer Straße zu fahren. Nicht zu schnell fahren. Das sieht gar nicht gut aus, was das hier ist. Let's go, oder? Wir haben Radio. Oh, nicht bei der Fahrt vielleicht. Let's go. Ey, checkt hier. Nach einer Stunde sind wir am Start. Überrascht mich, dass du es überhaupt geschafft hast. Ey, aber guck mal, quick, guck mal, Huge-Upgrade. Das kleine rote Trakt. Auto. Also, morgen im Stream pennen. Wenn alles gut geht, ja. Seht ihr meinen nackten Körper? Oh, da war was. Wollen wir da hin? Das ist eigentlich, doch eigentlich gut, oder? Liegt gleich auf der Weg. Der lebt schon zu lange vom Bürgi-Geld. Ich bin selbstständig, Mann. Ich habe es geschafft. Ich habe mein Leben zum Geld ge- Was? Das macht schon irgendwie Sinn. Wünscht mir mal Glück, dass da irgendwas Gutes ist. Vielleicht was zu essen, oder so. Mann, du pisst mich so an. Ich hasse Hasen. No joke. Hasen auf die Null. Sag ich. So, ja. Ey, na klar. Mach dir nichts draus, wa? Ey. Du musst mir doch nichts geben, oder? Ach, Quatsch. Nichts gefunden. Yippie. Wir gehen wieder rein. In den Quaint. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, die Vermutung, dass hier irgendwas fehlt. Oh, ich kann nicht mehr. Jetzt fehlt unser Kühler, oder? Ach, ich kann... Wer hier nicht verrückt wird, ist selber schuld. Wichtig. Weiter geht's. Chatt, till you die. Die, die, die. Ja, Mann. Gibt es mir wirklich hardcore. So was habe ich vermisst, Chatt. Einfach das fucking Ra... Nicht nur das Game ist verquackt. Ich klebe mein Mikrofonarm mit Klebeband. Checkt ihr das eigentlich? Das ist meine Halterung. Es ist alles so verquackt. Grandiose Schmerzen. Prost. Wo ist das Haus? Waren wir so weit entfernt vom Haus? Und? Laufen lassen. Der wird noch verrecken an seine eigene Kotze. Fahr schneller. Nein, nein. Wir müssen Sprit sparen. Wir schwimmen immer noch nicht im Luxus. Scheiß drauf. Scheiß auf dich gleich. Du bist schließlich Batman. So, dann looten wir da beim Haus noch ein bisschen. Wir hoffen mal, dass wir nicht alles gelootet haben. Vielleicht gibt es ja da noch Fleisch. Natürlich Planet Base Fleisch, meine ich. Was ist da hinten? Oh, da hinten. Da ist was. Kommen wir da hin? Seht ihr das? So, hast du noch was? Vielleicht kann ich auch den Mensch anknabbern. So, guck mal hier. Das sind die Särge. Kann man eigentlich die Bilder auch mitnehmen? Wenn man hier auch alles machen kann, dann kann man doch vielleicht auch die... Schade. Schere. Oh, wir können wieder die Pink... Wollen wir das rot lassen oder wollen wir das in Pink streichen, Chat? Guys, Leute. Was auch immer. Pink. Okay. Ich weiß nicht, ob wir Leben verlieren, auch wegen das Essen. Was ist das? Ich verstehe dieses Ding hier nicht, aber wir nehmen einfach mal mit. Jetzt haben wir ja Platz. Gibt es noch was? Wir können... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah! Wir sollten's helfen. Immer's helfen. Egal, was wir tun, immer's helfen. Yo! Hole in one. Krieg ich das? Wo war halt eigentlich das Rad neben mit? Checkt ihr? Ist das ein Katana oder eine Schaufel? Weil das fucking Lichtschwert, so vom Gefühl her. Das killt eigentlich immer One-Shot, also ich weiß auch nicht. Hoppa! Komm, presst dich wie eine scheiß Wurst. Oh, oh, oh. Oh mein Gott, wir verlieren doch Hunger. Also leben vom Hunger. Guck mal, das Ding ist, apropos Star Wars, ich habe noch... Ich habe nie gerafft, warum die immer nur bei einem Lichtschwerthieb gestorben sind. Weil, auch wenn sie leicht am Magen verletzt, äh, den Magen durchbohrt haben, sind sie gestorben. Keine Ahnung warum. Weil ist ja alles versiegelt, somit bluten sie nicht. Also könnten sie einfach weiterleben. Als wäre nichts passiert, weil, wenn man mit einem Schwert durchbohrt wird... Deine Organe werden dabei gekocht. Naja, aber wenn da keine Organe waren, weißt du? Es gibt ja Stellen, wo es nicht so schlimm ist. Auch beim Schwert nicht. Wenn man nur einmal mit dem Schwert durchbohrt wird, verblutet man nur. Wir brauchen dringend was zu essen. Oh, essen, essen, essen. Essen! Eben mal looten, immer dreimal gucken. Und jetzt werden wir vom Hasen vergewaltigt. Ne, alles clean. Guck mal, deswegen immer einen Sarg mitnehmen. Da kann man sich gerne mal selber vergraben, schlafen, aber auch als Transport benutzen. Guck mal. Einfach so. Bisschen verbuggt, aber, ey, was ist hier nicht verbuggt in... The Long Drive. Alles ist so... Alles ist so surreal. Nee, so, guck mal da hinten. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Müssten wir eigentlich... Aha. Oh, ah, eh. Ah, nee, komm. Wir fahren ja... Das sieht aus. Willkommen beim Leichenhandel. Wie heißen die Leute, die Leichen transportieren, Halper? Styroporhandel auch nicht. Warte. Ich bin ein Imker. Nee, das hat was mit Bienen zu tun. Wie heißen die... Sag mal bitte. Thörster auch nicht. Keine Ahnung. Menschenhandel? Nee, da bist du am Thema vorbei. Oh, ey. Ah! Deswegen, Chat, sagt man immer, bei der Autofahrt immer, immer auf die Straße achten. Was ist hier falsch? Ja, na gut. Ey, komm. Und tun einfach mal alles hier schön ordnungsgemäß sortieren. So, haben wir noch den pinken Farbstoff? Guck mal hier. Wollen wir? Hyper, bist du gehypt? Schreib dir jetzt einen Kommentar, ob ich die Karre pink anfärmen soll oder nicht. Wir müssen noch auf die YouTube-Kommentare warten. Die sind ja heilig. Nee. Du musst doch schnell einen YouTube-Kommentar schreiben. Okay. Lass uns spritzen. Es wird lila. Hä, wie cool. Nee, das hat was, oder? So. Boah, guck mal. Hä, wie klug. Ah. Nein. Woppa. Let's go. Wow. Wow. Let's go. Oder? Spritz, 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 spritz. Ey, das hat doch was. Guck mal hier. Okay, lassen wir uns einfach mal die Augen rausquetschen, um zu gucken, ob hier irgendwas ist. Ha. Bleib bloß da drin, Rad. Sonst dreh ich am Rad. So. Guck mal, ich fahr gar nicht. Ich lass einfach rollen. Wir fahren immer aber noch ohne Wasser. Wir fahren die ganze Zeit mit Alkohol. Checkt ihr das? Wollen wir mal ein bisschen Musik hören? Reicht mit Information. Das Leben ist schon grausam genug. Von einer Skala von 1 bis 10. Boah. Wir schlafen. Rollen lassen, Mann. Motherfucker. Ey, wenn das Zockerboy sehen würde. Er wäre stolz auf mich. Oh, geh weg, du Hase. Ich habe Angst, wenn sowas passiert. Alles kann da passieren. Ich habe mich schon im Boden versinken sehen. Spoiler. Letztes Video angucken, XD. Oh, da hinten ist was. Ah, das ist die Straße. Wir sehen wirklich sehr wenig Häuser. Haha. Ich brauche dringend mal wieder Rohstoffe. Hallo. Yo, yo, yo. Warte mal. Ich mache für dich das Radio ein bisschen leiser. Willkommen, Hinaijon. Hinaijon. Willkommen zu dem Stream, mein Mann. Äh, ich bin ein deutscher Streamer. In der langen, langen Trifte. Are you a Graphic Designer? Hyper is trolling. Don't hear on his. But, äh, are you a German or a English guy? Hinaijon. Nee, die Graphic Designer poppen immer auf, wenn man zwei Viewer hat. Oh, I will translate your message into German. And, äh, you're welcome to joining me on the long, long road to the sky, to the grand ma, to my step ma, and ma grand ma. Oh, Vollgas. Oh, da können wir looten gehen. Wir brauchen mal wieder looten ein bisschen. Was ist das? Fernglas, okay. Äh, die Aussichtsplattformen sind wirklich dermaßen beschissen. Holy shit. Nehmen wir mit. Ah. Korrekt. Wow. He is sick. Schieb. Die werden statisch, sag ich. Das ist, glaube ich, noch ein Bug. Man muss alles attachen, irgendwie so. Ist Hyper is Oma? Und ich bin sorry. Ja. Ist Hyper is Oma? Ach so. Ja, true. Kann sein. Hat Batman eigentlich noch eine Oma? Weiß man das? Sleeping. Weiterfahrt. Denn ich bin ein, äh, aah, Marine. Unser Sarg-Transporter. Da ganz hinten, Schatz, seht ihr? Das ist ein Haus. Da müssen wir hin. Ein neues Haus. Wohlgemerkt. Hasen an die Macht. Nein, danke bitte. Ey, wenn wir die Euro-Paletten haben, dann geht's flottig. Kann man die attachen am Auto? Ja, oder? Ich hab mal gesehen, wie da hier jemand einen Panzer gebaut hat. Also das sollte funktionieren. Äh, äh, äh. Schön. Safen. Lol. Ganz ne Aussehensplattform. Lassen wir einfach mal. Woppa. Essen. Kein Essen. 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 Woppa. Ab, 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 ab. Wop, wop, wop. Wip, wip, wip. Wawawibuba. Heya. So, ich verliere meinen Verstand. Just saying, we're one of your streamers. Lel. Lul. Hehe. Luli. Bürgi-Geld reicht nicht mehr aus. Wir fahren. Let's go. Das Haus hatten wir noch nicht. Wir können uns rollen lassen. Und wir können... Gift trinken. Oh, Baum. Fick dich. Oh, da hinten ist auch was. Guckt mal. Das ist was anderes. Hä? Da ist auch was. What the hell? Sollte das nicht... an der Straße irgendwie liegen? Europaletten. Ach man, das läuft so gut. Wir speichern. Nicht, dass hier alles wieder statisch wird. Hallihallo. Lebt ihr noch? Ey, das ist... Das ist der zweite... Das zweite... Der, 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 der... Zweiter Weltwunder, oder? Wir brauchen nur fucking Essen eigentlich. Kann man... Kann man... Die Kanister auch durchschießen? Hier. Na gut. Also das ist eine Knarre, die ihr anders irgendwie macht. Warte. Da müssen wir eben im Nahkampf gehen. Wir hoffen mal, dass da keine Bombe existiert. Aha. Top. Danke, danke. Ah, geht. Oh, das ist sehr gut. Flop. Collision. Okay. Loot. Benutzt nur noch den Revolver. Wir sind im Wilden West. True, true, true. Okay, mach ich. Wenn ich Emotionen finde, gerne. Das ist Shotgun, oder? Ja, das ist Shotgun. Ich habe noch keine Shotgun gefunden. Was ist hier? Eine Toilette wahrscheinlich. Was ist das? Was ist das? Das könnte man sich in den Po schieben, oder? Geil. Was sind denn das eigentlich für scheiß Türen? Die haben ja nicht mal Aussichtsgucklöcher, oder? Die sind ja so dermaßen beschissen. Komm. Okay, das ist nur Deko. Das ist sehr gut. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir hätten bekommen können. Schieb! Wir gehen mal noch auf ein Dach. Die sind angeschissen worden. Verstehe ich nicht. Nichts auf ein Dach. Ja, das ist jetzt ein bisschen traurig, Mann. Ich hätte mehr erwartet. Die Türen. Okay. So, weg da. Ey, ist das wieder alles statisch? Nee, das ist der Eimer. Lol. Jetzt musst du lachen. Fertig? Von 1 bis 10? Wie fandest du mein Lache? Danke. Haben wir es jetzt, eh? Bro. Was ist das? Eine perfekte, ungerade, Perfekt-Tile. What the hell? Das ist eine unperfekte Perfektion. Checkt ihr das? Das ist ein Paradox. Hä, wie kann das, eh? Das macht alles keinen Sinn, Bro. Warum hält das nicht? Ach, wegen des Schlauch. Okay. Ist ja eigentlich, dass ich eine Überschwemmung gerade habe bei mir. Unter meinen nackten Füßen habe ich gerade ein Handtuch liegen. Cool. Komm, 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 komm. Ah! Wichtig! Weiter geht's. Wir gehen auch da zur Aussichtsplattform, sag ich mal. Gibt es da eine Möglichkeit, die Straße wiederzufinden, oder sind wir dann gefickt? Was ist das? Wir gucken mal. Let's fucking go. Oh, da ist was. Ah! Ich habe Spaß. Ja, deswegen, oder was? Ah! Oh, Mann! Wieder eine Fickpuppe. Oh! Ich sterbe. Kommt man hier wieder hoch? Komm, 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 komm! Ja, aber wie? Ja, oh! Ja, da muss die Puppe mit. Ich sterbe langsam, wartet. Geil, 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 geil. Boah, mal ran, ey, so läuft's doch. So, da geht's weiter. Ja, oh, haben wir eine Abkürzung genommen? Ah, Straße. Ich glaube, das ist eine Straße, oder? Da ist eine fliegende Plattform, äh, fliegende Insel. Da ist noch was! Okay, tja, ich sehe weit und breit keine Straße. So, mal gucken. Was ist das jetzt hier in der Ausseitsplattform? Check ich. Gibt's hier auch Loot für den Aufwand, bitte. Oh, wir sehen so viel neues, Shit. Das ist so hilarious. Das hat sich schon gelohnt. Das hat sich schon gelohnt. Da, 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 wo. Tja, ich kann nicht mehr bleiben. Das sind die Mods heutzutage. Alle muss man jetzt schon bezahlen. Wow. Top. Wow. Sehr schön. Sollen wir noch ein Vorrat nehmen? Ich glaube, oder? So, nehmen wir hier auch noch Wasser mit. So. Let's fucking go. Wasser haben wir keine Probleme mehr. Jetzt können wir auch, äh, den Motor kühlen. Und nicht mal Alkohol benutzen, haha. Wie, ähm, hat man da irgendwie so eine Strat, wie man? Aber wie macht man das? Was ist das? Ich summe. Der Furz muss raus. Ah, lustig. So, dann gehen wir erstmal da hin. Geil. Ne, ne schöne Puppe ist das. Stopp. Hier gibt's nur Wasser, oder? So, jetzt links lang dann. Da ist die Straße sogar. Guck mal. Da ist das Haus. Das erste Haus von uns. Hä, das hat einfach rote Schattierung. Wurde hell? Hä, das ist ja wirklich rot. Wurde hell? Wir finden so viel Neues. Ich komme gar nicht hinterher. Warum ist das einfach rot? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, oh. Das ist geil. Okay, töte dich. Ah. Danke, du Arschloch. So, was gibt's hier noch? Soße. Ne, Trash. Was ist das hier? Könnt ihr mir das sagen? Was ist das? Ist das Gas, oder ist das... Ist das einfach nur Deko? Das ist gut. Das ist sehr wirft. Warum brich ich die ganze Zeit? Nehmen wir das. Schokolade. Okay. Oh, sehr gut. Oh, noch besser. Oh, ne. Das ist wirft. Der soll ja so Loki einen Shop darstellen, oder so. Lässt ja auch den... Oh. Ne Tankstelle ist. Let's fucking go. Was ist das denn? Lass uns mal kurz beten. Okay. Oh mein Gott. Das ist gut. Das ist gut. Sehr gut. Gas. Immer gut. Mein Gott. Let's go. Ich weiß gar nicht, dass du so beschissen bist. Checkst du? Machen wir dich. Guck mal hier. Pfeifett. Wir machen alles hier rein. Dann können wir das schieben. Ich hasse Hasen. Ich hasse die Alpen. Ich hasse die Alpen. Ich habe den Locken. Harsch finden. Okay. Was ist das? Ich glaube, das ist nur Deko, oder? Wenn man es hat, dann hat man es. Das sage ich immer. So. Noch ein paar Extra-Reifen. Noch Zeugs. Noch... Oh, ein Big-Reifen. Okay. Das ist ja... Big. Mach mal da. Motor halbe auf den Jet-Stegen-Auto. Soll das wirklich eine Ente werden, oder was? Du bist da komisch. Guck doch mal. Wie geil, oder? Schlitten fahren mit dem Kühlschrank. What the hell? Wie soll denn das jetzt funktionieren, mein Jung? Wie hast du dir das vorgestellt? Ich glaube, das geht nicht, oder? Ey, Bro. Danke, Crack. Danke für deinen Tipp. Ey, das... Das... Das war wirklich sehr wichtig, dieses... Also... Also... Du hast mich einfach gepankt. Du glaubst wirklich alles. Naja, klar. Ich bin ja schließlich Streamer, oder? Boah, was für kräftige Ärmchen hat er eigentlich. Von 1 bis 10, wirklich sehr kräftig. Wir fahren weiter. Fahren wir noch da hin? Dann fahren wir zur Straße. Oh, da kommt noch ein Haus. Oh, das... Das scheint was Größeres zu sein, oder? Sind das Steine? Weißt du? Hallihallo. Spritz sparen. So. Oh mein Gott. Der Kühlschrank hat schon sehr viele Dinge gesehen. Oh mein Gott. Das ist die Luke-Quelle schlechthin. Ich würde sagen, wollen wir das morgen looten? Und ich würde sagen, das wär's von so langen Drive, oder? Und ich würde sagen, das wäre schön.